ok der hat der android hat dann sich gewährt ist die frage wieso das ist die frage wieso hat er jetzt zum messer gegriffen normalerweise haben wir vorhin schon festgestellt ein android würde wahrscheinlich sich eher erschlagen lassen als sich zu wehren der also hängt an seinem persönlichen leben ok interessant jetzt haben wir das geklärt so haben wir die stühle doch was ist das hier untersuchen wir das auch mal das ist der stuhl ok zeichnet des kampfes aber hier das ist doch ab sammeln das haben wir schon gesehen genau das haben wir schon gesehen das haben wir auch gesehen dann gucken wir uns jetzt mal die leiche genauer an das sind auf jeden fall noch punkte die wir abfassen können das ist im badezimmer hast du es gesehen im badezimmer im badezimmer waren wir gerade im badezimmer können wir schnell schauen nö ok wir haben schon mal 7 von 10 punkten und ich glaube mal jetzt haben wir da noch zwei weitere ah der ist ja schon aufgeblasen ah unangenehm ne ok der hat also auf jeden fall acetonizimthirum also der hat auf jeden fall offenbar wieder crystal inhaliert oder crystal reingezogen red eyes ist verstorben carlos ortiz das sind noch zwei dreiecke hier achso dann haben wir noch das hier innere blutungen 28 messerstiche denn man schade aber ich wünsche natürlich eine gute nacht und ich mache auch gleich schluss wir gucken dann einfach beim nächsten mal weiter nächsten dienstag oder so innere blutungen 28 messerstiche das heißt vor mehr als 19 tagen der android hat den nicht einfach nur gewährt der hat den jetzt bewusst umgebracht auch das finde ich jetzt mal interessant was hat er an der hand fingerabdrücke und dann war ortiz carlos vorstrafen die schwarze schwere kopfortetzung ok rekonstruieren wir das auch mal was ist hier passiert wir gucken mal wie weit wir zurückkommen so der hat er sich hier gestanden jetzt sehen wir hier dass da was passiert ist aha der ist ausgerutscht auf seine flaschen eventuell aha ist okay da geht es noch weiter aber da wurde er also angefallen ok und hier sehen wir jetzt das ist glaube ich wo die wand kaputt gegangen ist ne sie kamen aus der küche wir kennen ja was in der küche passiert ist so der hat also jetzt auf den und jetzt ist der dem hinterher gelaufen und hat nochmal auf ihn eingestochen dann ist er versucht sich wegzuziehen ist dabei über seine flaschen gefallen ne ist er nicht er wurde geschubst und dann quasi 28 mal er hat stichwunden 28 stück ja der kille hat es echt auf ihn abgesehen das ist eine menschliche sache ein mensch würde so emotional sei es mal reagieren ja und den dann wirklich mit wut und so ein android kann das theoretisch mathematisch berechnen der braucht das nicht i am alive ich lebe noch den sinn verstehe ich davon jetzt aber natürlich auch nicht ne dieses summen von den fliegen das nervt mich so ein bisschen wir haben 8 von 10 jetzt müssen wir mal das bad suchen wir müssen jetzt gucken was ist passiert woher also warum hat er denn überhaupt angegriffen so gehen wir mal ins bad gucken der hat gesagt im bad ist noch irgendwas aber hier noch was in der ecke offenbar nicht naja hier ist halt diese eine stelle noch da ist auf jeden fall von seiner hand offenbar das blut hin gekommen ich sehe mehr sehe ich ja nicht so hier ist in der küche die zeitung hier geht es nach draußen nicht wahr ne das war oder aber wo ist das bad jetzt hier ach hier geht es noch weit ah ok dann fangen wir doch mal hier in der dusche an oder was ist das zwangshaftes schreiben aha der hat also immer wieder etwas an die wand geschrieben genau da steht eine figur was ist das eine religiöse opfergabe aha das scheint also so eine art tempels gewesen zu sein hier also irgendein altar oder irgendwas ok wir haben alles wir haben theoretisch den gesamten tatort unter dupe genommen und können die komplette tat rekonstruieren uns fehlt nur noch der auslöser das ist die frage was ist wie kam es dazu ne das wissen wir nicht ich weiß aber nicht ob wir das jetzt hier rausfinden an der stelle ok so dann würde ich jetzt einfach sagen was machen wir jetzt erstatte änderst den bericht der ist ja hier aha ok ich glaube ich weiß was passiert ist ach ja los ich bin ganz ohr alles begann warte mal die kamen aus im badezimmer vielleicht solltest du die küche nochmal genau ansehen das war falsch genau naja pass auf das wissen wir ja nicht auf jeden Fall sind die ja in die küche hier reingekommen hier gibt es eindeutige kampfspuren die frage ist nur was genau hier passiert ist das opfer griff den androiden an mit dem mess ohne waffe mess ach Mist nein das war falsch ne pass auf das war falsch ohne waffe ohne eine waffe nein das ergibt keinen sinn halt dich einfach an die fakten ne ach das stimmt stimmt der hat mit dem baseballschläger ja genau der hat mit dem schläger das stimmt so dann hat der zum messer gegriffen also das musst du schnell erstmal greifen hier so so der android stach dann auf das der android stach auf das opfer ein dann hat der android also versucht sich zu verteidigen ja und was geschah dann das opfer floh dann in richtung wohnzimmer ins wohnzimmer und er wollte dem androiden entkommen hm das macht irgendwie sinn der android tötete das opfer ja mit dem messer mit dem messer ok deine geschichte ist nicht völlig aufwegig aber sie sagt uns nicht wo der android hin ist der schläger beschädigte ihn und er verlor therium er verlor was therium sie nennen es blaues blut die antriebsflüssigkeit für android bio komponenten sie verflüchtigt sich nach ein paar stunden und ist dann für das auge unsichtbar aber ich wette du kannst es noch sehen oder korrekt ok das heißt jetzt gucken wir mal der muss ja von hier aha genau 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 hier sieht man es so da ist er sich hier lang da sehen wir es auch na warte mal halt 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 der war ja von anfang an schon verletzt das heißt die sind ja von da hier angekommen und hier war er ja schon verletzt für mich persönlich würde das also jetzt bedeuten der ist jetzt hier hin hat hier auf ihn eingestochen aber jetzt sehen wir ja nicht ob er in eine andere Richtung gegangen ist also nach rechts weg ist er nicht gegangen das heißt die einzige spur die uns überhaupt wegführt ist die spur in diese Richtung jetzt könnte man denken der ist also ins bad gegangen kann man mal gucken weil im bad ist ja so der opfergabe ach hier gibt es also zwei wege da gibt es auf jeden fall einen weg in die richtung dann haben wir hier und was haben wir hier an der wand Leiter wurde benutzt ach ok da hing der Leiter alter muss ja aufpassen du dich erschreckst ja schaue wir uns das mal nach oben ok ah der ist also quasi hier über die Leiter nach oben geklettert und hat dann die Leiter hochgezogen pass auf das machen wir später wir haben nämlich noch weitere Blutspur guck mal hier aber hier waren wir ja schon hier waren wir ja schon gucken der hat hier irgendwas der hat die frage ist warum ist hier der ist der android kaputt nochmal hierher gelaufen das ist die frage was also ist im bad noch passiert das wissen wir nicht so und hier wir haben gesagt hier geht es auch noch rein haben wir gesagt ne ja hat er sich hier abgestützt er kann das nicht abgestützt haben was ist denn hier noch achso hey 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 was hast du mit dem Stuhl vor ich will etwas überprüfen ja dann können wir hochklettern damit dann überprüf mal schön ja geh mal eben doch jetzt hoch ich dachte zwar wir hätten noch was anderes da zwischendrin ok so na los hoch ich hätte ja ein bisschen Schiss muss ich dir zu sagen ne suche den Dachboden suche den Abweichler wir sehen jetzt hier aha guck mal pass mal auf hier ist die Spur auf jetzt ist der hier durchgegangen und da hinten sind verschiedene Stellen dann geht es offenbar da hinten lang dann werden wir nochmal hier lang laufen ja ein bisschen Schiss habe ich schon nur ein bisschen gerade hinsetzen wahrscheinlich werden wir gleich das Ding hier aufmachen und dann kommt der oder was mit dem Messer in der Hand das ist natürlich das Problem der ist ja bewaffnet ne ja da steht er doch ich kann nicht sparen hier ich kann nicht sparen hier ich kann nicht sparen hier ok ich hänge gerade in dem Backfest wie es aussieht meine Figur hängt fest ah ne doch nicht ok ich habe schon stehen sehen ah war ein bisschen Puppe oh ich habe Angst gehabt die Jungen ja im Grunde können wir jetzt nicht anders machen wir können nur hinterher laufen ja wollen wir mal schnell schauen um das im Blick zu haben da hinten gehen auf jeden Fall noch Spuren lang also vermutlich mal der ist jetzt noch ein Punkt ok warum mache ich das jetzt warum gehe ich dem hinterher warum warte ich nicht auf Hilfe warum rufe ich nicht die anderen wahrscheinlich würde ich die in Gefahr bringen wenn ich gegen einen androiden kämpfe der ein Abweichler ist ich habe mich nur verteidigt er wollte mich umbringen ich bitte dich verrat mich nicht oh mein was ist das ok was machen wir jetzt er ist hier Lieutenant ach du Scheiße Chris Ben schwingt sofort euer Herrscher hier ein na los ok wo ich weiß nicht ich überlege gerade wo habe ich denn den Typen gesehen das war nicht der bei Alice das war aber auch nicht der der die Farben gekauft hat das ist der den wir am Anfang ganz ganz kurz nur gespielt haben im Park sind wir mit dem glaube ich spazieren gegangen aber ich weiß gar nicht mehr warum eigentlich seine Funktion wir sind durch den Park gelaufen ne war das der aber ich kriege das gar nicht mal zusammen ich freue mich ja hier echt aufs nachschauen oder aufs zurechtschneiden der Videos für YouTube um das nochmal zusammen zu kriegen Fakt ist eins am Tatort haben wir eine Spur übersehen weil wir die Spur übersehen haben haben wir hier unten auch einen kompletten Pfad übersehen der uns hier am Ende noch woanders hingeführt hätte was auch immer das war ich habe hier irgendwas übersehen und ich weiß nicht warum weil wir eigentlich 10 von 10 Spuren hatten aber trotzdem ist hier irgendwas schief gegangen ok was sagt denn aktuell die Uhr viertel zwölf ok ich würde sagen für heute ist es ok viertel zwölf ist eine geile Zeit sage ich einfach mal wir haben in Summe haben wir jetzt zweieinhalb Stunden ich würde einfach sagen da können wir gerne nächsten Dienstag weiter schauen ansonsten wäre jetzt mein Plan entweder am Freitag oder am Samstagabend ich glaube eher Freitagabend was mit der Community zusammen zu machen wenn jetzt noch wer noch immer da ist Freitagabend wäre wieder was wo wir sagen können wir spielen nochmal was zusammen wir könnten Call of Duty Mobile zocken wir könnten mal gucken vielleicht auch einfach mal eine Runde die Siedler 3 oder was weiß ich wenn jemand Bock hat wir könnten eine Runde mal gucken ob wir mal Paladins oder irgendwas für heute muss ich Schluss machen ich muss um ich muss zeitlich raus ich schneide das jetzt hier hinterher zu YouTube Videos zusammen und wenn wir dann nächste Woche weiterspielen bis dahin da fangen die dann auch schon an zu laufen und dann können wir irgendwann gemeinsam weiter anschauen wie es weiter geht auf jeden Fall Mironder danke dass du noch da gewesen bist danke fürs Zuschauen danke an die anderen beiden die noch dabei sind ich denke mal der Markim ist auch noch dabei vielleicht ist er schon eingeschlafen mittendrin und Damon ist ja glaube ich im Bett Christopher könnte noch da sein ich bin mir nicht so ganz sicher wer noch da ist auf jeden Fall ich wünsche euch eine gute Nacht habt noch einen schönen Abend ich glaube es müsste ja theoretisch gespeichert sein oder der später Fortschritt dürfen wir schon mal schauen ja ich denke der Fortschritt ist gespeichert bis hierhin jetzt ich beende das und ich verabschiede mich jetzt von euch und ich sage danke fürs Zuschauen lasst von mir aus noch ein Follow da wenn ihr noch nicht gefollowed habt fürs nächste Mal und wir sehen uns Benni noch ok Benni Gute Nacht bis zum nächsten Mal haut rein und tschüss bis zum nächsten Mal